Hallo ihr Lieben, zuerst eine Bemerkung mit diesem merkwürdigen Teil, das hier sich vor mir befindet. Das ist also ein Geschenk gewesen von einem von euch. Auch jetzt schon vielfach thematisiert, ein ungefragtes Geschenk. Ich probiere es weiter aus und mir wurde jetzt gefeedbackt, ich sei sehr leise damit. Und bisher habe ich noch die richtigen technischen Einstellungen nicht gefunden. Und ich komme mir sehr albern vor damit. Also es hat für mich so etwas Wichtigtuerisches und ist eben auch Equipment-technisch weit über meiner Gehaltsklasse. Das nur angemerkt, also ich bin in einem Probiermodus und vielleicht höre ich auch zu dem alten Headset irgendwann wieder zurück. Aber mal gucken, was ich noch so kriege an Rückmeldungen. So, in diesem Video geht es wieder um die Frage, was ist Politik? Es ist also ein Anschlussvideo an das letzte Video auf diesem Kanal. Und der versucht die Frage nochmal von einer anderen Seite zu beleuchten. Also von einer anderen Stelle vielleicht in den, keine Ahnung, Stiefel reinzuschlüpfen. Weiß ich nicht, ich habe kein bescheuerteres Bild oder keine bessere Metapher dafür. Also kurz gesagt, wie könnte man Politik auch sehen? Für mich ist Politik eine ganz, ganz bestimmte gesellschaftliche Praxis. Und diese Praxis besteht für mich im Kern darin, dass man das Beziehungsgeschehen in einer komplexen Großgesellschaft, in einer differenzierten Gesellschaft ab einer gewissen Größe ganz bewusst zirkulieren lässt, zusätzlich zu unseren privaten Bindungen. Also das Geniale an Politik ist, dass sie das Private voll und ganz intakt lässt und bestehen lässt. Also es geht sozusagen zumindest nicht, wie soll man sagen, strukturell auf Kosten des Privaten. Natürlich zeitmäßig, kräftemäßig schon. Alles hat seinen Preis, auch Politik hat ihren Preis. Sie kostet Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit, Geld, halt die üblichen Ressourcen, die halt jede Praxis kostet. Aber sie geht nicht in dem Sinne gegen das Private, dass sie jetzt irgendwas gegen das Private hätte, sondern es ist eher eine Ergänzung, ein Zusatzsystem oder wie man vielleicht sagen kann, ein zusätzlicher Anbau an unsere sonstigen sozialen Systeme. Und als solches leistet Politik etwas ganz, ganz Einmaliges, was eben nichts Privates, keine einzige private Praxis und kein privates soziales System überhaupt nur ansatzweise leisten kann. Also etwas ganz, ganz Besonderes und zwar, indem es eben sozusagen uns miteinander verbindet, unangesehen unserer privaten Eigenschaften, Herkünfte, Fähigkeiten, Ressourcen oder sonst etwas und uns in einen allgemeinen Kontakt bringt. Also wer natürlich jetzt so ein bisschen wie ich angekränkelt ist von Philosophie und gerade auch von Hegel, der tut sich mit diesem Gedanken, glaube ich, etwas leichter und es gibt wirklich tausend Gründe, nichts mit Hegel anzufangen, wirklich, aber in dem Punkt ist Hegel sehr hilfreich, weil man verstehen kann, dass es irgendwas Besonderes gibt im Allgemeinen, weil eben das Allgemeine das Allgemeine ist und nicht das Besondere. Und insofern kann man sagen, die Politik stiftet tatsächlich allgemeine Beziehungen im Unterschied zu besonderen Beziehungen. Also das Private ist der Raum für Beziehungen zwischen Bestimmten oder Besonderen und das Politische ist der Raum für Beziehungen aller mit allen. Und das entsteht eben nicht von allein, sondern muss künstlich gestiftet werden in einer Großgesellschaft. Und das bringt also sozusagen ein Zusatzsystem ins Spiel, in dem Beziehungen zirkulieren und wir tatsächlich randomly Beziehungen stiften zwischen uns, die eben nicht getriggert sind von unserem privaten Wollen oder wie Hegel gesagt hätte, von unserer privaten Willkür. Und genau diese Ausschaltung unserer privaten Willkür, die natürlich aus guten Gründen besteht im Privaten, dass wir eben bestimmte Menschen lieber mögen als andere, dass wir uns auch mit bestimmten Menschen lieber verbinden als mit anderen, das halt ist einfach ein menschliches Prinzip und dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen. Nur wenn man das zum ausschließlichen Prinzip von Großgesellschaft macht, generiert man halt Probleme. Weil es dann so ist, dass wir uns halt immer zusammenballen oder zusammenklumpen oder zusammengruppieren in bestimmten Konstellationen, die dann gegen andere solche bestimmten Konstellationen stehen. Und das ist halt die übliche Grüppchenbildung, die bei uns Menschen schon ab einem sehr, sehr geringen Level von Vergesellschaftung schon losgeht. Also auch in Kleingruppen, was weiß ich, in Klassen oder in Teams gibt es diese Grüppchenbildung, auch in sehr kleinen Firmen. Also es ist so eine Grundtendenz des Menschlichen und richtig fatal wird diese Grundtendenz dann halt in Großgesellschaften, also in so Formen wie die, in denen wir halt jetzt schon seit 10.000 Jahren circa leben. Und um dem aktiv entgegenzuwirken, wird Politik eigentlich erfunden und institutionalisiert verfassungsmäßig als eine Beziehungspraxis. Eine Praxis zirkulierender Beziehungen, ganz gezielter Beziehungsstiftungen, die dann eben Althistoriker, die diese Praxis im antiken Griechenland beobachtet haben, zu Begriffen wie Bürgerfreundschaft verleitet. Also Bürgerfreundschaft ist ein sehr, sehr technischer Begriff. Es ist sozusagen unsere Freundschaft im Politischen, unsere Freundschaft als Bürger zueinander, also nicht in einer anderen sozialen Rolle. Und das ist sozusagen die Freundschaft auf einer allgemeinen Ebene gehoben. Und das wird doch Politik, wenn sie halt richtig institutionalisiert wird. Entschuldigung, dass ich hier das Wort richtig verwende. Es kommt mir albern vor, aber ich sage es jetzt trotzdem so, wenn man Politik richtig institutionalisiert, dann stiftet sie sozusagen tatsächlich Beziehungen und vielleicht sogar Freundlichkeit oder vielleicht sogar Freundschaft zwischen uns. Und zwar tatsächlich Freundschaft aller mit allen. Und das geht halt nur in unmittelbarer Begegnung. Deswegen ist sozusagen eben Präsenz in der Politik aller so wichtig. Deswegen ist unmittelbare Begegnung so wichtig. Deswegen ist eben auch die Ausschaltung der Parteiförmigkeit so wichtig. Und deswegen ist auch die Setzung von demokratischer Gleichrangigkeit in der Politik so wichtig, weil sonst diese Beziehungsstiftung einfach nicht zustande kommen kann. Das wäre wie eine Beziehungsblockade. Also wer das nicht weiß, Ungleichrangigkeit ist immer eine Beziehungsblockade. Das sieht man auch in allen Systemen, wo es Machtungleichheiten gibt, dass keine ungestörten Beziehungen mehr bestehen können. Also wer zum Beispiel träumt, dass er in einem Chef-Mitarbeiter-Beziehung ein guter Freund sein könnte oder so. Das kann man schon mit erheblichem Aufwand, kann man eine gewisse Nähe herstellen. Aber man arbeitet immer gegen die Struktur an. Die Struktur sagt Ungleichrangigkeit. Und wenn Ungleichrangigkeit da ist, tut sich einfach sowas wie Empathie oder tieferes Verstehen immer schwer, weil halt sozusagen die ungleiche Macht immer für die eine Seite eine gewisse Bedrohung ist und dann in einer sozusagen dialektischen Umkehr auch für die andere Seite ein gewisses Bedrohungspotenzial hat. Und in dieser wechselseitigen Bedrohungszustand, den Machtungleichheit immer darstellt, kann sich sowas wie Empathie oder tieferes Verstehen nur sehr schwer entfalten, eigentlich gar nicht langfristig. Und deswegen arbeitet man sich also in Machtungleichheit immer beziehungstechnisch dagegen ab. Also wenn Leute dann eben auch in machtungleichen Verhältnissen versuchen, gute Beziehungen zu leben, dann machen sie das auf eigene Rechnung und hart gesagt, das stirbt dann immer den Erschöpfungstod. Also man versucht es dann, aber weil es sehr anstrengend ist, hört man halt irgendwann damit auf, je nachdem wann einen dann halt die Kräfte verlassen, weil man gegen die Struktur arbeitet. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man strukturell Gleichrangigkeit setzt, institutionell. Und Demokratie tut genau das. Und nach meinem Verständnis tut auch Politik genau das. Also wer das vielleicht noch nicht mitgekriegt hat, ich gehe davon aus, dass Politik und Demokratie fast Synonyme sind, wenn nicht sogar vollständig Synonyme sind. Und das entnehme ich halt wiederum der Entstehung der Demokratie und gleichzeitigen Entstehung der Politik in einem strengeren Sinne von Politik in Attica im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus. Also das sind einfach parallele Ereignisse. Natürlich gab es auch schon vorher Pollays, aber dieser sehr strenge Begriff von Bürgertum und auch diese sehr strenge Gleichrangigkeit entsteht einfach gleichzeitig mit demokratischen Institutionen. Und deswegen gibt es tatsächlich Gründe anzunehmen, dass Politik und Demokratie einfach Synonyme sind. Also im Sinne davon dann auch, es gibt gar keine undemokratische Politik. Wenn es noch undemokratisch ist, ist es eigentlich noch nicht wirklich politisch, sondern immer noch vorpolitisch, wenn nicht sogar antipolitisch oder apolitisch. Also Politik ist auf diese Gleichrangigkeit, wie soll man sagen, substanziell angewiesen, um das zu leisten, was Politik eben leisten soll. Die Befriedung des Verhältnisses zwischen verschiedenen in einer Großgesellschaft, zwischen verschiedenen Menschen, also verschiedener Gehaltsklasse, Einkommensklasse, Ansehensklasse, verschiedener geografischer Hintergründe, verschiedener regionaler Hintergründe, verschiedener Gruppenzugehörigkeiten im Privaten. Wenn solche Menschen, die in einer solchen differenzierten Gesellschaft leben, gut zusammenleben sollen, dann müssen sie sich begegnen in einer politischen Praxis. Aber in dieser politischen Praxis müssen sie als Gleichrangige sich begegnen und also praktisch eine neuartige Beziehung eingehen. Und deswegen ist für mich Politik tatsächlich ein Beziehungssystem, das eben auch völlig fehlkonstruiert ist, wenn es nicht Beziehungen stiftet und auf Beziehungen beruht. Weil wir Menschen halt immer noch affenartige Wesen sind und wir brauchen es einfach unmittelbar. Wir müssen das erleben. Es reicht nicht, also schöner Text, wie ich den hier jetzt versuche, mehr oder weniger einzusprechen. Es reichen nicht schöne Sonntagsreden, um Beziehungen zu begründen, damit wirkliche Beziehungen entstehen, die sich auch wirklich wie Beziehungen anfühlen. Brauchen wir einfach die Begegnungspraxis, weil wir halt immer noch Affen sind. Also wir brauchen es unmittelbar. Wir brauchen das, dass ich dich anschaue, du schaust mich an. Und dann passieren halt diese Dinge, die auch durch reine Sprache gar nicht passieren können, sondern die halt auch diese Resonanzphänomene brauchen, auf denen zum Beispiel immer auch Empathieprozesse beruhen. Also diese kleinen Nuancen, diese körpersprachlichen Angleichungen, dieses, wenn man merkt, einfach der andere versteht einen, was einfach nur im unmittelbaren Kontakt wirklich gestiftet werden kann. Wenn man merkt, so ein Aufatmen, also ach so ist das gemeint oder ach jetzt verstehe ich dich erst und so. Das sind halt Dinge, die nur im gleichrangigen Kontakt zwischen Menschen passieren, wie halt viele Leute, die halt professionell mit Menschen arbeiten, auch jetzt nicht erst seit gestern wissen. Also es gibt so bestimmte Therapeutenschulen, die wissen das schon lange. Es gibt auch bestimmte Coachingschulen, die wissen das schon lange. Es gibt auch einfach Leute, die ganz banal mit täglich im, was weiß ich, Kundenservice oder Kundenkontakt zu tun haben, ohne dass das einen tiefer gehenden Change-Anspruch hätte, wie vielleicht in Therapie und Coaching. Und trotzdem wissen die Leute, dass das eben so passieren muss, weil sonst irgendwie das halt schief geht, ja, im Kontakt. Und man braucht halt da dieses Gegenüber und diese Wertschätzung und dieses, dass man den anderen spüren kann, wahrnehmen kann. Und das geht halt im unmittelbaren Kontakt sehr viel leichter. Schon am Telefon geht das ein Stück weit leichter als in Schriftkommunikation, aber auch telefonischer Kontakt ist immer noch sehr reduziert, ja. Also man kann sich halt nicht riechen, ja. Und viele sagen ja, das finde ich ganz gut, dass man sich nicht riechen kann, aber da passiert halt auch ganz viel. Und auch die Mimik und das Aufeinanderreagieren und auch sowas wie Nähe und Distanz wahrnehmen können, wenn jemand bleich wird oder jemand errötet oder wenn jemand aktiver wird. Und halt diese kleinen körpersprachlichen Signale spielen eine viel größere Rolle für gelingende Kommunikation, als wir, Entschuldigung, Intellektualisten oder Philosophen uns oft eingestehen. Also im Grunde hat uns die Philosophie diesen Traum in den Kopf gepflanzt, dass, wie soll man sagen, Kommunikation hauptsächlich allein in Schriftsprache oder so bestehen könnte. Und das müssen wir mit Blick auf das, was wir heute wissen, über uns Menschen einfach revidieren. Ja, also wir brauchen es unmittelbar. Wir sind Affen. Und Affen brauchen es unmittelbar, ja. Affen investieren, wenn ich es richtig im Kopf habe, so komische Menschenaffen, wir investieren 40 Prozent, 60 Prozent ihrer Tageswachzeit grob überschlagen in Beziehungspflege. Und die Frage ist ja, glauben wir ernsthaft, dass wir Menschen uns tatsächlich so weit weg entwickelt haben von Schimpansen, Bonobos, Gorillas, Orang-Utans und von mir aus auch Gibbons, also von den anderen Menschenaffenarten, dass wir glauben, dass wir gute Gesellschaft hinkriegen können, ohne sozusagen Äquivalente für das, was bei Affenfeldpflege ist, wechselseitiges Grooming, ja. Und ich gehe davon aus, dass das nicht gut gehen kann. Wir brauchen Grooming. Wir brauchen das Gefühl, dass unsere Mitbürger uns wirklich verstehen. Sonst leben wir in einer Gesellschaft, in der wir Angst haben als Affen, ja, die wir sind. In der wir uns von unseren Mitbürgern bedroht fühlen, ohne dass eigentlich jemand was dafür kann. Also das kann nicht privat aufgehoben oder beseitigt werden, das kann nur noch eine politische Praxis beseitigt werden, indem man halt erlebt, dass der andere, vor dem er eben noch Angst hatte, eigentlich auch ein Mensch ist, ja. Und dass es ihm nicht egal ist, wie es einem geht. Und umgekehrt erlebt auch, dass es einem selber nicht egal ist, wie es ihm geht. Und aus diesen wechselseitigen Verstehensprozessen entsteht eben das, was man eben mit Blick auf Attica vereinzelte Wissenschaftler dann eben Bürgerfreundschaft nennen. Eine ganz tiefe Form von Verbundenheit zwischen Menschen, zwischen denen normalerweise ohne eine solche politische Praxis eine solche Verbundenheit nicht entstehen würde. Und das ist natürlich ein immenser Aufwand. Ein immenser Beziehungsaufwand, wenn man sagt, jeder muss halt so ein politisches Leben haben. Jeder erwachsene Mensch, das gehört einfach zum Leben dazu, weil es zu guter Gesellschaft dazu gehört. Weil wir eine gute Gesellschaft gar nicht haben können ohne so eine politische Praxis. Und deswegen kann das auch von jedem verlangt werden, dass er Gottverdammt nochmal oder Evolutionsverdammt nochmal oder Menschverdammt nochmal auf politischen gelosten Versammlungen bitte schön auftaucht, weil wir ihn da brauchen als Teil einer allgemeinen gesellschaftlichen Beziehungspraxis namens Politik, ja. So, davon gehe ich aus. Und das ist halt dann ein Gedanke, der tatsächlich zu so etwas führt, wie was man eben dann Bürgerpflichten nennen kann. Und dann ist eben nicht Ruhe die erste Bürgerpflicht, wie das manche mal ab und zu erzählen, sondern tatsächlich Teilnahme, gleichrangige Teilnahme an Politik ist die erste Bürgerpflicht, weil wir dadurch überhaupt erst zu Bürgern werden, ja, weil wir dadurch auch erst zu gleichrangigen und freien Menschenwesen werden, die nicht sich wechselseitig voneinander bedroht fühlen. Also, wenn immer das Wort Freiheit so groß geschrieben wird, meines Erachtens besteht Freiheit hauptsächlich darin, sich nicht von anderen Menschen bedroht zu fühlen, egal ob sie jetzt zufällig politische Ämter besetzen, dass man sich nicht von unseren Berufspolitikern bedroht fühlt, als auch von seinen Mitbürgern nicht bedroht fühlt, also von anderen Menschen, ja. Also, frei fühlen wir uns Menschen, wenn wir nicht bedroht werden von anderen Menschen. Das ist also ein etwas handfesterer Freiheitsbegriff. Und ich kann nur sagen, ich meine, also wenn ich nur von mir spreche, als kleines, unbedeutendes Privatmenschwesen, der halt zufällig so ist, wie ich halt zufällig bin, ohne Anspruch auf Allgemeinerung, das kann ja keiner von uns, wir sind halt doch auch sehr verschieben. Aber wenn ich nur von mir spreche, kann ich sagen, ich bin in einem sehr bedrohlichen Klima groß geworden. Ich weiß, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut, was Angst ist, also von den vier Grundgefühlen, die Mensch so haben kann. Freude, Wut, Trauer und Angst. Also ich gehe davon aus, dass es vier sind, andere gehen von fünf aus, aber ich gehe von vier aus. Und wenn man sagt, das sind so die Grundemotionen, auf denen alle andere Emotionalität aufbaut, dann ist Angst das bei mir ausgeprägte. Ich bin ein wahnsinnig ängstlicher Mensch und wenn ich ein Gefühl richtig gut kenne und was es mit allem macht, dann ist es Angst. Ja, also meine Erstreaktionen sind immer Angst und meine Sekundärreaktionen sind, wenn dann Trauer, Wut und Freude. Und ich denke, ich weiß ganz gut, wovon ich spreche, wenn ich sage, Angst vor anderen Menschen ist Kacke. Richtig Kacke. Das ist das Beschissenste, was es gibt. Und ich erlebe es so, dass wir eine Gesellschaft in Angst sind, in der wir alle voreinander Angst haben, also gruppenbezogene, vor der gruppenbezogenen Menschenfeindschaft kommt die gruppenbezogene Menschenangst. Menschen haben vor Menschen Angst, weil sie sich von ihnen bedroht fühlen. Und diese Bedrohung nehmen wir mittels der politischen Praxis aus dem Spiel, also zwischen der Beziehungspraxis, Kennenlernpraxis, Kontaktpraxis, die halt Politik ist, und Politik anders zu institutionalisieren, also über das, was wir halt machen, auch sehr viel medial oder über Parteien, macht einfach nicht sehr viel Sinn. Wenn man das auf dem Schirm hat, dass das der Sinn und Zweck von eben Politik ist, uns zu befreunden und uns zu befrieden unter den Bedingungen einer komplexen, differenzierten Großgesellschaft. Man sagt, eigentlich entsteht erst in komplexen, differenzierten Großgesellschaften eben im strengen Sinne des Begriffs Politikbedarf. Also in einem doch etwas gehaltvolleren Sinn von Politik, als dass man einfach sagt, irgendwie ist alles Politik, ja. Wo man dann sagt, ja, Schimpansen haben auch Politik, also Dinge, die ich auch ab und zu sage. Oder das sei politisch und jenes sei politisch. Das ist dann halt ein sehr fuzzy oder schwammiger Begriff von Politik. Ein strengerer Begriff von Politik sagt eben, Politik ist eine Befriedungs- und Befreundungspraxis unter den Bedingungen einer komplexen, differenzierten, menschlichen Großgesellschaft. Nur dann gibt es überhaupt Politikbedarf. Und nur dann brauchen wir eben überhaupt Politik. Und nur dann ist es eben auch so, dass Politik was löst, was eben als Problem besteht. In allen anderen Konstellationen kriegen wir das ganz gut auch ohne Politik in diesem strengen Sinn von Politik hin. Da brauchen wir nicht Losen unbedingt, ja. Und wir brauchen nicht uns alle treffen. Und es müssen auch nicht alle unbedingt ständig teilnehmen. Das ist also, wenn es um andere Dinge geht, als um eben die Befriedung und Befreundung einer komplexen, differenzierten Großgesellschaft, dann gibt es auch andere Techniken, andere Kulturtechniken, andere Sozialtechniken, die das auch ganz gut hinkriegen. Aber wenn es darum geht, eine komplexe, differenzierte Großgesellschaft friedlich und freundlich zu machen, dann geht es wirklich nur mit Politik. Und dann brauchen wir halt diese Praxis. Und dann machen auch Institutionen, die das nicht leisten, weil sie uns nicht in Kontakt bringen, weil sie das nicht zirkulieren lassen, weil sie uns nicht gleichrangig beteiligen oder gleich viel beteiligen, machen dann halt nicht so viel Sinn. Ja, weil sie halt die Zwecke einfach verfehlen. Siehe letztes Video. Aber jetzt fange ich an, mich zu viel zu wiederholen. Deswegen mache ich hier einen Punkt. Also kurz gesagt, noch mal auf den Punkt gebracht. Politik ist ein Beziehungsgeschehen. Es lässt Beziehungen ganz eigenartig zirkulieren, zusätzlich zu unseren privaten Beziehungen. Also sie schafft unsere privaten Beziehungen überhaupt nicht ab. Das ist ja das Schöne an Laienpolitik, dass man also hauptsächlich immer noch mit den Menschen verbunden ist, mit denen man sowieso verbunden ist, privat. Also den Menschen, die man sich halt auch als erwachsener Mensch dann hoffentlich gesucht hat, wo man dann schon aussortiert hat. Will ich mit Tante Käthe wirklich noch Kontakt haben? Nachdem das immer beschissen läuft oder vielleicht auch mit meinen eigenen Eltern oder Großeltern oder auch meinen ehemaligen Nachbarn oder Schulkameraden oder Kollegen. Also das sortiert sich ja im Laufe eines Erwachsenenlebens meistens, dass man dann so ein bisschen doch die Spreu vom Weizen trennt. Und das ist aber sehr individuell, was Spreu und Weizen für einen halt ist. Und dann hat man halt zu bestimmten Menschen Kontakt und zu anderen nicht. Das sei uns allen gegönnt. Ich halte das für gesund, ja, da auszusortieren. Aber was wir halt zusätzlich genau dann deswegen brauchen, weil wir halt nur mit bestimmten gut können, ist halt dann diese allgemeine Beziehungspraxis. Also die Beziehung aller mit allen als Bürger. Und das geht lustigerweise gut. Ja, also man könnte dann immer glauben, ja, jetzt habe ich die privat aussortiert. Warum soll ich denn jetzt politisch das gut gehen? Aber lustigerweise tut es genau das. Also, wie soll ich sagen, kontraintuitiver Weise. Man denkt, das wäre nicht so. Aber die Realität der politischen Praxis, wenn man sie hat, zeigt ganz, ganz deutlich, dass das gut geht. Also lustigerweise können wir auf gelosten Bürgerversammlungen mit Menschen klarkommen, mit denen wir in keinem privaten Kontext irgendwie gut klarkommen können. Und das hat viel natürlich damit zu tun, dass dieser Kontext dann für alle neuartig ist, dass er immer wieder neu vermischt wird, dass man diese gesetzte Gleichrangigkeit dort hat, dass dort auch noch andere Menschen sind, dass man eben durch das Los dort ist und nicht mehr eine Agenda hat, also nicht eben wieder aus privatem Antrieb, privater Willkür, weil man ein Anliegen hat, sondern weil man gelost wurde. Das spielt alles, alles eine Rolle. Und diese verschiedenen Einflüsse auf diese ganz, ganz besondere Praxis, die eben die Politik ist, sorgt dafür, dass es dort gut geht, was im Privaten immer misslingt. Und das können sich viele nicht vorstellen. Also viele bewerten dieses Beziehungsgeschehen im Politischen vor dem Hintergrund ihrer privaten Erfahrungen. Und ich halte diesen Schluss für unzulässig. Es ist ein unzulässiger Kategorienfehler, seine privaten Erfahrungen zu nehmen, und dann zu glauben, ja, das sei dann im Politischen alles ganz genauso. Wenn das so wäre, bräuchten wir keine Politik. Dann wäre Politik überflüssig. Wenn also das Politische nur das Gleiche in Grün wäre, das Gleiche wäre, wie was wir im Privaten die ganze Zeit erleben, dann können wir sagen, wofür haben wir Politik, wenn sie nichts Besonderes, nichts Spezifisches leistet. Und lustigerweise ist eben dieser Kontakt aller mit allen, diese Beziehung mit allen, mit allen ganz eigenartig. Sie hat eine ganz eigenartige Qualität und sie hat eine erstaunlich gute Qualität, wie man wiederum an der Antike sehen kann. Und nur noch mal zum Merken. Wir reden bei den antiken Griechen, die diese Praxis hatten, zumindest unter den sogenannten Vollbürgern, von Menschen, die nachdem sie diese Praxis erfunden und eingeführt hatten, voll des Lobes waren für die Politik. Also in einer emphatischen, begeisterten Weise, die uns eigentlich irritieren müsste. Wo wir sagen, wie kann denn das sein, dass Menschen dann solche Dinge sagen wie, das Beste ist, ein politisches Leben zu haben. Und arm sind die Menschen dran, die an dieser politischen Praxis nicht teilnehmen dürfen. Das ist ja dann doch etwas, wo man dann irgendwie ins Nachdenken kommen könnte, dass Menschen, nachdem sie dann diese Praxis kennen und erleben beständig, dann so begeistert sind davon. Das könnte auch uns bliebender Leute sein oder so. Aber vielleicht liegt da ja mehr drin. Und vielleicht würde es uns ja ganz genauso gehen, wenn wir diese Praxis hätten, was wir faktisch derzeit noch nicht haben. Also wir sind, nach meinem Verständnis, ein völlig unpolitisches Völkchen. Wir leben in völlig apolitischen oder vorpolitischen Verhältnissen. Und von diesem unpolitischen oder vorpolitischen Zustand aus bewerten wir das, wie es sein würde, wenn wir Politik hätten. Und dass das wahrscheinlich einer Verzerrung unterliegt oder einer Fehleinschätzung unterliegt, also eine Ex-ante-Einschätzung, die anders aussieht als eine Ex-Post-Einschätzung von den gleichen Leuten, nämlich uns. Das ist keine gewagte Annahme. Also wie wir über Politik denken würden, über diese allgemeine politische Praxis, wenn wir schon hätten, ist der relevante Standpunkt. Nicht, was wir jetzt glauben über sie, bevor wir sie haben. Weil wir wahrscheinlich eben unzulässigerweise unsere privaten Erfahrungen, die wir mit Menschen machen, verallgemeinern und denken dann, in der Politik kann das ja auch nur so sein. Oder sogar noch schlimmer. Das ist, was die meisten denken. Die meisten denken, es geht ja schon auf einer, was weiß ich, Eigentümerversammlung ganz schlimm zu. Oder auf einem Elternabend ganz schlimm zu. Oder diesem und jenem Kontext ganz schlimm zu. Also alles private Kontexte. Dann muss es ja in der Politik noch sehr, sehr viel schlimmer sein. Das glauben die meisten. Und das halte ich für einen absoluten Fehlschluss. Politik ist unendlich viel besser als das. Politik ist richtig geil. Nur müsste man halt Politik haben, um es zu erleben. Und die Leute, die heute schon gelegentlich mal auf einem gelosten Bürgerrat oder einer Bürgergutachten mit Planungszelle, wo eben auch gelost wird, teilgenommen haben, kriegen so Vorgeschmack davon, was es heißt, ein politisches Leben zu haben. Aber das ist halt auch noch nicht das Wahre. Das Wahre wäre, wir hätten diese gelosten Bürgerversammlungen verfassungsmäßig beständig die ganze Zeit. Das ist nochmal ein anderer Systemzustand. Das ist nochmal wirklich ein Qualitätssprung. Also es ist schon toll, dass wir das gelegentlich haben. Also dass wir damit angefangen haben, geloste Verfahren, demokratische Verfahren in der Gesellschaft zu nutzen. Ich möchte das nicht schlecht reden. Nur es ist noch nicht das Gleiche, wie das haben als beständiger Prozess. Also ein Prozess, wo dann wirklich jeder immer wieder neu die Erfahrung macht, auf gelosten Versammlungen mit seinen Mitbürgern zu sein, in diesem unmittelbaren Kontaktzustand, in diesem gleichrangigen Zustand und gemeinsam Dinge zu beraten, gemeinsame Dinge zu beschließen und sich dadurch eben auch durch die Sacharbeit, die auf solchen politischen Versammlungen geleistet wird, sich auch näher zu kommen. Und zwar Menschen näher zu kommen, mit denen man sich niemals sonst näher kommen könnte. Nicht auf diese Weise. Nicht in dieser Tiefe, nicht mit diesem Verständnis, nicht mit dieser Empathie, die dabei entsteht. Also Politik kann wirklich was ganz, ganz Besonderes. Wenn sie das nicht könnte, bräuchten wir sie nicht. Dann wäre sie wirklich überflüssig, wie manche ja glauben. Manche glauben ja, man kann auch ohne Politik gut leben. Und ich halte das für einen der schlimmsten Irrtümer der Moderne, der da auch dazu geführt hat, dass wir so unpolitisch sind. Und ich rechne eben nahezu alles, was heute falsch läuft, auf diesen unpolitischen, vorpolitischen Zustand zu und glaube deswegen eben dann im Umkehrschluss, dass durch die Stiftung einer wirklich, wirklich politischen Gesellschaft, in der jeder Mensch ein politisches Leben hat, dieser Zustand aufgehoben werden kann und wir also in einen produktiven Problemlöse-Zustand kommen, wo wir beständig Probleme wegarbeiten, aber eben gemeinsam, demokratisch, politisch, auf solchen gelosten Versammlungen. Eine Gesellschaft, die ständig an ihren Problemen arbeitet, aber eben nicht manche sehr viel mehr damit belastet und andere gar nicht, wodurch dann wiederum sehr großer Unfriede in die Gesellschaft kommt. Wir brauchen wirkliche, gleichrangige Beteiligung an Politik und das heißt eben auch gleich viel Beteiligung an Politik, als aktive Politiker. So, ja, ich erzähle immer die gleichen Dinge. Tut mir echt leid. Ich möchte mich dafür in aller Form entschuldigen. So, damit lasse ich es gut sein. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und ja, liebe Grüße an alle, liebe Mitbürger in SPI. Ich hoffe, dass wir uns alle irgendwann aufgelosten Bürgerversammlungen regelmäßig treffen und dass es uns dann damit so gut geht, wie ich prophezeie oder prognostiziere, dass das uns damit gehen wird. Uns allen. Ceterum censio. Demokratia am esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in der Demokratie gelost werden muss. erangene ici. Ich finde es sehr schnell von meinem Bauern muito ab Höит.